das dritte League of Legends ARAM-Spiel ich habe keine Ahnung was ich mit dem kaufen soll auf was skaliert denn das alles? AP? 10,36 alles auf AP willkommen in der Kluft der Beschwörer oh god und er raubt ihn vier Sekunden lang hört sich an wir spielen gegen Eve, Tarek, Master Yi Wayne und Nunu und die Feinde haben natürlich wieder einen Healer und wir haben natürlich keinen Healer verschwende doch nicht so deinen Mann dabei das Spiel fällt die Minions sind noch nicht mehr da oh mein Gott ich sehe schon ich gehe so schnell ich kann ich sag mal wieder nichts mit mit würde ich der geil aus pp meine Tanki mal auf Halt Ey die pennen doch echt alle oder? Kann das sein? Wieso bin ich so schnell? Ist ja geil Na was kommt es da so vor? Bleib mich ignorieren Hohoho Was ist da rum der Leck drin? Schon ein Minion noch Hehehe Der Ranger, wisst ihr, hat schon am meisten Live verloren Na die von denen ist auch nicht besonders clever, war? Kann man hier Naja, nicht wirklich Ich stehe so schnell wie ich kann Meine Fresse, ich seh jetzt schon hier ein Ding jetzt geht tot Schönen Ne ne Eve, du kleiner Bock Woah, nice Ja war schön Eve ist hier irgendwo Ha, nicht schlecht Die macht den Zieler-Send Einfach Strike Ah schön Der hat Meg gependent, kann auch schön seine Zauber-Spam Bäm Die macht doch absolut gar keinen Schaden Bäm Komm, die macht dann einfach Strike Hehehehe Trollololol Tursana, geh back Leute Leute Sollen wir hier bleiben? Da sind sie doch Da hoffen wir nur anzugreifen und da die Kinder sind Ich gehe so schnell ich kann Wir haben dreimal Clarity nur, weil hier irgendjemand flasht dabei, Trissana, Wutz Da hat er auch hier nen Rocket Jump Ich bin unterwegs Oh, der war nicht so gut Leute Ne, echte Bobs Wo bin ich denn? Da bin ich doch Weil ich san Ey, wie sie weg, wie sie rumlacken Ist krass Oder? Alter Würdest du mich verarschen? Du hast doch selber Clarity, Junge Schade Kein Mana mehr Trin da mehr auf damit 4 Sekunden, dann ist Clarity wieder ready Wieso haben die schon 4 Kills? Und wie erst 3 Leute sind die alle schlecht EF ist unsichtbar Nein doch nichts Steht an Geht Auf damit Ich bin tot Ich weiß nicht, soll ich mit dem auf Tank gehen, ja, wa? Rann du ihn ins Ohm Rann du ihn ins Ohm Ich hab doch keine Ahnung, was ich mir hier kaufen soll Ein Gegner verfällt in Blutrausch Ähm Leute Ich seh schon, Ding jetzt geht tot Wie kann man da so retarded sein? Ist die dumm oder so? Nice Ah, der ist tot Ey, guck's dir an Schön Die Sternen, du Misty Ach, scheiß auf dem Fallchen Was macht denn der? Bin ich denn da? Bin ich. Oh, schöne Sache. Der war richtig geil. Das kann was werden. Oh Gott. Oh, nice. Ich gehe so schnell durch den Hand. Wieso, wieviel kostet das eigentlich 100 Mana? Naja, nicht so viel. Na dann mach man, ne? Wir haben nicht so tolle Ultien wie wir. Jetzt. Schöne Sache. Tonda Mana ist angegriffen, du Bob. Meine Güte. Lol, sie ist, sie ist unsichtbar trotz der... Ist ja mal voll mies. Nein, sie ist unsichtbar. Hat da ein bisschen Mana, ale. Ich stehe so schnell, wie ich kann. Ah, wie die EVE knapp überlebt hat Hör auf drin da, du Bob Angreifen vielleicht mal? Oh mein Gott Ach, das Cock hat gefehlt Ein Gegner wurde getötet Ich hab keine Ahnung, was ich mir kaufen soll Ich hab mir das schon mal gekauft Hat die Wayne schon viel Schaden? Naja Etwas Der Galio hat Ansprüche, Alter Hat alles selber mit, aber Ich weiß nicht, wann der mal das benutzt Jetzt hab ich doch glatt Ach Menno, ne Stoffrüstung Oder . . . How is it going? . 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 die ho 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 guck du bist geil komm den tower zerstören ein bisschen mehr aim braucht man nein nicht auf mich los war das nicht epic nein hier ja die haut dir doch immer wieder was denn da hör auf damit wieso benutzt du deine ulti du willst sui sein oder auch nicht doch jetzt wollte er sui sein was ein bob man was ein bob man das so greife ich nicht an ich hab mich noch geschafft wo greift die noch ein verdammt rocket jump und dann du hast doch rocket jump jetzt ach ne hat er gar nicht ach ja guck mal guck's mal wie auf einmal die andere lane pusht wenn ich nicht in dem anderen team bin wenn ich in dem anderen team bin der verschlingt dich doch lol ich hab's doch gewusst he 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 dune treasure ich bekomm ich hab 17 assists what the fuck oh 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 ich geh so schnell ich kann trinne mehr los trinne du hessicher bob alter du hessicher du hessicher bin unterwegs drüben rup versch*** slips du jes zweit π Leute, 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 Leute. Komm schon, Galio. Oh, der hat schon Banschies. Hör auf damit! Wo bin ich denn da, bin ich ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm, 81 Sekunden hast du und hier ist wieder ready. Ich würd's nicht wagen. Naja, so, so prickelnd find ich das nur nicht, ne? Na, super. So, lol. Hehehe. Schön. War nur ein Radbag? Hehehe. Dankeschön. Jetzt hätte ich vermutlich noch einen Tower-Hit kassiert. Oh, lol, lol. Oh, oh, oh. Krasse Sache, 26 Assists. Hehehe. Ich kann nicht mehr, ey. Too epic. Aha, süß. Der Schaden. Guck mal hier. Oh. Was stand das denn da? Ah, da. Ein blauer Nimmel. Wird wieder aufgemacht sein. Wird wieder aufgemacht sein. Wie ist das? Ich geh' so schnell ich kann. Ich hab' leider kein Mana, sonst würde ich ihm gerne mal helfen. Wird doch alle holen. Jaaaah, Auto-Hit for the win, mein. Haha. Ah tidak. I- 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 Ich- 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 Boah, eigentlich hat er mich nicht gestunnt, Alter. Bin echt tot gewesen. Der Superman, den hat ihn gekillt. Geiler. 28 Assists, Alter. Ist ja mies. Bin mal dreimal gestorben. Am wenigsten. Im ganzen Spiel. Ach Gottchen, was macht der denn? Lässt sich Benjis abknüpfen. Oh, Ulti ist bereit. Cool. Trollolol. Hehehe. Ja, ja. Ist schon fein. Insofern macht er nur Ultimension. Boah, wie viel Lack kann man haben. Gecheatet. Obwohl ich ja selbst sage, äh, dass man das eigentlich dürfte. Aber naja. Was soll's. Ach, Guardian Angel ist ja verboten. Haha, wollte schon fast machen. Yo. Wenn wir das Ozu sehen. Oh, ich würde ja am liebsten... Oh, nice. Guck's dir an. Guck's dir an, Alter. Guck's dir an, Alter. Dieser Galio ist echt retarded. Tod. Nein, Glück habe ich Zorn mehr. Der hat wohl ordentlich Schaden. Naja, Blood First und noch ein VG-Schwert. Hallo. Wie geht's? Oh je. Wie bist du tot? wie ein jeder nicht auf ap geht lol 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 haha geile sache aber nicht mann fünf sekunden das ulti ready und bekommt ja gleich nochmal mein mein lieber von frozen hart war krasse sache was macht das aktiv mehrfeld rüstung und angeschoben wenn sechs sekunden lang um irgendwas erhöht ich gehe so schnell wie ich kann nice aim alter der gegnerische intubator wird bald wieder aufgebaut hehehe gerade für den Schild zerstört gecheatet wieder Aua der macht nur ein bisschen Schaden oh lololol lolol so so wer hat einen Individuum wow sofern du ultien kannst sehr schön ich frage mich echt wie die aus dem Ding jetzt ankommen können Wie die aus dem, äh, naja, dass die angreifen. Ich hab grad das Wort vergessen, voll im Fight. Zu einfach. Schöne Sache, erstes Spiel gewonnen. Bis dann.